Jeder Gamer wünscht es sich doch, einmal mittendrin in einem Spiel zu sein und alles wirklich erleben zu können. So ergeht es zu Kasa, er wacht plötzlich im MMORPG The World auf, er sieht alles, er riecht alles, er spürt alles und er hört alles was im Spiel passiert. Der einzige Nachteil er kann sich nicht mehr ausloggen, er begibt sich lange auf die Suche nach dem warum und ein Charakter nach dem anderen versucht diese Frage zu lösen, wieso kann sich zu Kasa nicht mehr ausloggen. Er entdeckt irgendwann ein Item mit einem Guardian, der ihn vor allen übel beschützt. Gut jetzt könnte man ja sagen, hey zu Kasa Dude was ist denn passiert? Das einzig blöde dabei, er leidet unter Amnesie und kann sich an nichts erinnern bevor er in The World aufgewacht ist und seine etwas zurückhaltende Art hilft leider auch nicht viel. Wer mit Dotek Sign einen Action geladenen Gaming Anime erwartet ist hier leider fehl am Platz. Denn Tsukasa selbst ist wohl ein Pazifist und geht allem aus dem Weg und auch sonst sieht man eher weniger Kämpfe. Die Story lahmt etwas vor sich hin, das Pacing ist relativ slow, man wird kaum mit Infos gefüttert und es dauert über 10 Folgen bis die Story wirklich mal vorankommt. Alles in allem kein Problem, wenn die Serie nicht nur aus 26 Folgen bestehen würde. Nur diejenigen unter euch mit einer Engelsgeduld werden diesen Anime bis dahin durchziehen. Deshalb hört und liest man so oft das Leute den Anime abgebrochen haben, die Geschichte sich ins Unendliche ziehen würde und so weiter und so fort. Aber es gibt auch gutes an diesem Anime und zwar genug. Die Charaktere zum Beispiel sind sehr facettenreich gestaltet. Es gibt das Mädchen das sich vor dem Real Life flüchten will, ein hochrangiges Mädchen welches man einfach lieben muss, den typischen großen Bruder unseres Helden und eine mysteriöse Katzendame. Dazu kommt das Dotek sein wirklich gut aussieht. Kann zwar mit heuligen Top Titeln auch nicht mithalten, ab zu seiner Zeit war es ganz große Kunst. Das liegt unter anderem auch am Charakterdesign welches von Sadamoto Yoshiyuki stammt, welcher auch an Neon Genesis Evangelium gearbeitet hat. Das wohl beste an Dotek sein ist aber die Musik. Das Opening Obsession von Seesaw ist wohl eines der besten Anime Opinings das ich je gehört habe. Der Sound und die Stimme passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen das Anfangslied ist einfach nur ein Cheat. Letzten Endes muss man sagen Dotek sein ist wie die gesamte Dotek Reihe ein Hated or Loved Anime. Man bekommt Informationsbröckchen hingesetzt, letzten Endes ergibt nur das ganze Dotek Franchise kombiniert aber wirklich einen Sinn. Dazu gehören neben den Animes die Mangas und auch die Videospiele. Von letzteren bin ich auch ein extrem großer Fan. I just love it. Ich liebe die Dotek Reihe und konnte so auch mit Dotek Sein viel anfangen. Leute die Dotek aber nicht kennen bzw. Dotek Sein als Standalone Projekt ansehen werden enttäuscht und vor allem verwirrt sein. Schaut euch die Serie auf jeden Fall an wenn ihr an das ganze Dotek Franchise interessiert seid oder wenn ihr davon schon angefangen habt dann müsst ihr Sein auch einfach gucken. Das ist dann einfach Pflichtprogramm. Habt ihr diesen Anime schon gesehen? Wenn ja schreibt doch eure Meinung zu ihm unter die Kommentare. Und wenn euch das Review gefallen hat würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. 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 Ciao.